Hallo zusammen, hier ist wieder Hechler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mautguide präsentieren, kombiniert mit einem Erfolgsguide. Und zwar handelt es sich hier im Vordergrund mal um diesen schicken Krok, den ich hier habe. Und zwar schimpft sich der blutgesättigter Krok und den bekommen wir für ein Meta-Achievement, und zwar das Uldir Raid Meta-Achievement, Ruhm des Schlachtzüglers von Uldir. Und dafür müssen wir bei jedem der acht Bossen einen bestimmten Erfolg erspielen. Und wie das Ganze geht, will ich euch jetzt mal zeigen. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Boss an, und zwar mit Talok und dem Erfolg. Und zwar heißt er Fahrstuhlmusik und für diesen müssen wir Talok in Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr alle Sphären der Harmonie aktiviert habt. Funktioniert das Ganze? Und zwar hauen wir erstmal Talok hier nach unten, bis die zweite Phase beginnt, also sprich diese Fahrstuhlphase. Normalerweise wollt ihr nicht von der Plattform hier fallen. In dem Fall wollen wir von der Plattform fallen, aber nur mit Klassen, die ihren Fall ein wenig dämpfen können. Und zwar müssen wir während dem Fall hier Kugeln aussammeln. Wir haben vier Kugeln und am einfachsten sammelt man die einfach mit einem DH auf. Ihr seht, das sind diese orangen Kugeln hier. Und ein DH kann einfach sein Gleitner anschmeißen. Wie ihr hier seht, der gleitet dann einfach in die Kugel rein und kann dann auf die anderen Seiten rüber rushen, weil sie sind ja auf verschiedenen Seiten verteilt und kann eigentlich mit einem DH, können alle Kugeln aufgesammelt werden. Solltet ihr keinen DH haben, wird es ein bisschen komplizierter. Dann könnt ihr solche Eulen mit Flattern nutzen. Da müsst ihr aber genau wissen, wo die Kugeln sind. Ihr könnt Priester mit Levitieren buffen nutzen, Mages mit Federn. So was geht alles. Aber tut euch einen Gefallen, holt euch einen DH, dann ist das hier ziemlich easy. Wir haben das auf den ersten Try gemacht. Der DH flitzt durch die vier Kugeln und die Sache ist gegessen. Also eigentlich ein sehr, sehr, sehr einfaches Achievement. Danach müsst ihr eigentlich nur noch warten, bis der Fahrstuhl runterkommt, der Boss wieder da ist und ihr dementsprechend den Boss einmal umbrezelt und dann habt ihr auch schon den Erfolg. Mehr ist es hier nicht. Ja, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Boss und zwar zur Mutter und zum Achievement. Und elterliche Kontrolle und für diesen müssen wir die Mutter in Uldi auch den Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir ihr einen Geheimcode eingegeben haben. Wir starten hier alle im ersten Raum und müssen erstmal gucken, dass jeweils ein Spieler sich in jedem Raum befindet. Ist nicht ganz so einfach, ihr solltet es am besten im Normal-Mode machen. Und zwar bleiben alle im ersten Raum, bis auf zwei Spieler. Wir haben einen Tank, hier einen Monk-Tank und einen DD rübergeschickt. Die sind schon im zweiten Raum. Dann spawnen zwei Ads, die hauen die beiden um. Der Monk-Tank ist jetzt in den dritten Raum gegangen, spawnt wieder ein Ad, hat aber seine Statue in den zweiten gestellt. Das Ad, das kommt, rennt zu seiner Monk-Statue und der DD kann es ganz normal umhauen. So haben wir das gespielt. Ihr könnt natürlich es auch mit kleinen Dreier-Vierer-Gruppen machen, wo auch ein Heiler dabei ist und so, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Das ist jetzt ein bisschen die Variante, wo man sich ein bisschen Zeit spart. Sie hauen das Ad um und sobald das Ad down ist, haben wir im ersten Raum die ganze Gruppe. Im zweiten Raum steht quasi unser 1er-DD und im dritten Raum steht unser Tank. Und jetzt wird es quasi interessant für das Achievement. Wir haben in jedem Raum einen Spieler und ihr seht schon, wir haben hier eine Schaltfläche. Und wenn wir da draufdrücken, dann wird die quasi aktiviert. Und wir müssen jetzt in der richtigen Reihenfolge draufdrücken. Ich kann euch für euren Raid nicht die richtige Reihenfolge sagen, denn die ist random. Heißt, ihr müsst euch am besten im TS absprechen und rumprobieren. Das heißt, als erstes drückt ihr den ersten Raum, dann der zweite, dann der dritte. Hm, okay, hat nicht funktioniert. Und dann müsst ihr halt die Kombination rausfinden. So viele Kombinationen sind es nicht. Ihr müsst einfach ein bisschen rumdrücken und schauen. Es geht dann nämlich dieses Ding aus, wenn ihr es richtig gedrückt habt. Und zwar probiert ihr da einfach ein bisschen rum. Ihr solltet aber aufpassen, so wie es bei mir hier gerade war. Aber da kommt ein Feuer, ja. Und da wollt ihr nicht unbedingt drinstehen, wenn ihr da rumdrückt. Am besten lasst ihr eure DDs einfach weiter ganz normal den Boss weiter runterspielen. Einfach die drei Spieler, die dafür eingeteilt sind, auf dem Zeug rumdrücken und das war es dann. Ihr müsst den Boss nämlich dann auch zwingen. Ihr seht, wir haben jetzt hier gerade richtig gedrückt und die Schaltfläche ist ausgegangen. Und daran seht ihr, dass ihr quasi auch die richtige Reihenfolge habt, ja. Indem die Schaltfläche aus ist, wisst ihr, dass ihr zumindest bis dahin die richtige Reihenfolge hattet. Und dann müsst ihr halt schauen, dass ihr die anderen Buttons auch weiter richtig drückt. Und sobald ihr das getan habt, könnt ihr eigentlich den Boss einfach umbrezeln und habt dann den Erfolg. Also heißt, in jeden Raum einen Spieler bringen, dann an die Schaltflächen ran, jeder drückt mal als erstes und schaut mal, ob seine Schaltfläche quasi dann nicht mehr leuchtet. Und sobald ihr das geschafft habt, dann auf den nächsten drücken, gucken, okay, leuchtet die Schaltfläche jetzt auch nicht. Und wenn ihr dann einmal die richtige Reihenfolge habt, es sind wie gesagt nur drei, könnt ihr den Boss umbrezeln. Achtet ein bisschen auf den Timer. Bei uns war es so, dass das jetzt relativ knapp war mit dem Schaden und wir doch noch hier in den zweiten Raum mussten. Wir hatten uns eigentlich gedacht, wir können den Boss im ersten Raum killen. Achtet da ein bisschen auf den Timer. Sind jetzt mit allen Mann rübergegangen. Im Normal geht das. Im HC und Mythic geht das eher schwierig. Deswegen da ein bisschen auf den Timer achten, wann quasi der erste Raum zum Britzeln anfängt. Weil normalerweise tut man hier die Leute einzeln von Raum zu Raum schicken. Gut, mehr ist es nicht. Wie gesagt, wenn ihr das nicht mit dem Monk Tank machen wollt, könnt ihr das natürlich auch mit kleineren Gruppen machen. Dann müsst ihr vielleicht alle drei Räume spielen. Aber ich denke mal, den Normal-Kampf, das sollte nicht das große Problem für eure Gruppe sein, wenn ihr die Achievements angeht. Dann kommen wir als nächstes zum dritten Boss und zwar zu Fetter Devorah. Und zum Erfolg. Heftig, heftig, heftig. Und für diesen müssen wir den fouling Verschlinger in Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen. Nachdem alle Spielercharakter mindestens einmal heftiges Hauen abbekommen haben. Erstmal, was ist heftiges Hauen? Und zwar ist es hier so, dass der Boss normalen Millihit hat. Und auf das nächste Ziel vom Tanken, den Tank, gibt es das heftige Hauen. Das ist ein Angriff, der 300% Millischaden verursacht von dem normalen Angriff des Bosses. Und eigentlich auf den zweiten Tank immer geht, der ja immer beim ersten Tank steht. Eigentlich will man das nicht abkriegen. Hier ist es jetzt so, dass es jeder Spieler einmal abkriegen muss. Heißt, der eine Tank steht alleine am besten in der Säule, dass er nicht ins Nirvana gekriegt wird. Und ein Spieler nach dem anderen läuft rein und holt sich das Hauen ab. Wichtig hierbei, das macht 300% Millischaden. Stoffklassen werden hier wesentlich mehr Damage kriegen, weil sie dementsprechend weniger Rüstung haben. Ihr müsst euch alle eure Personal Dev CDs genau für diesen einen Hit aufsparen, dass ihr das überlebt. Denn ihr müsst alle überleben, das zum einen. Und ihr müsst gucken, dass es wirklich jeder einmal abkriegt. Das heißt, jeder Spieler nacheinander muss reinlaufen und es abkriegen. Aber auch der aktiv tankende Tank muss es abkriegen. Denn da muss der zweite Tank einmal abschotten, dass es der erste Tank einmal abkriegen kann. Weil sonst würde er es ja nie abkriegen im Normalfall. Das war unser Fehler, deswegen mussten wir das Ganze hier zweimal spielen. Kleiner Tipp am Rande. Ihr müsst einmal alle überleben, sonst zählt das nicht. Ihr müsst den Schlag wirklich abbekommen. Immunisierungseffekte zählen hier nicht. Heißt, wenn ihr euch da rein stellt und eine Bubble drückt, dann kriegt ihr zwar den Hit ab, er ist immun und es zählt nicht für CGFind. Also, Ice Block Bubble, nein. Bei Stoffklassen solltet ihr vielleicht Externals draufhauen. Heißt, einem Priester, gebt dem vielleicht nochmal eine Barkskin oder einen Life Parcun oder irgendwie solche Sachen. Schaut, welche Klassen bei euch am schwächsten aufgestellt sind. Druids können alle in den Berg gehen, da ist das gar kein Problem. Und sonst hat eigentlich jeder irgendwo ein Dev-CD. Macht das auf jeden Fall im Normal. Und macht die Rotor durch, bevor der Boss auf 50% Life ist. Ab 50% Life macht der Boss sich einen Buff drauf, dass er zwar mehr Schaden bekommt, aber auch mehr Schaden verursacht. Heißt, wenn ihr dann euch da rein stellt, und es wird bei vielen Stoffklassen eh schon knapp sein, auch mit CDs, wird er auf jeden Fall euch aus dem Leben natzen. Schaut, dass ihr alle Leute vor 50% durchkriegt. Dann ab 50%, wenn alles durch ist, HT zählt und den Boss umbrezelt, dass wirklich keiner mehr stirbt. Sonst kann es halt sein, dass es nicht zählt. Sonst ist das Achievement relativ einfach. Bloß denkt daran, es müssen beide Tanks das abkriegen. Ihr müsst ein Tank-Switch einmal machen. Das war unser Fehler. Und dementsprechend habe ich das Achievement quasi beim ersten Mal verkackt, weil ich da einfach nicht drauf gekommen bin, dass ich als Main-Tank quasi auch den Second-Tank-Hit einmal abbekommen muss. Ja. Dann kommen wir jetzt zum vierten Boss. Und zwar zu Vectis und zum Achievement. Böses Blut. Und für dieses müssen wir Vectis in Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir die Kriegsmatrone Rakalli mit der Seuchenbombe infiziert haben. Als allererstes, wo haben wir die Kriegsmatrone Rakalli? Die befindet sich quasi auf dem Weg, wo ihr zu Vectis reingeht. Geht ihr nicht rechts zum Vectis rein, sondern ihr lauft links in dem Weg, der noch versperrt ist, hier wo es zu Zul geht. Ihr seht, jetzt laufen wir hier wieder zu Vectis rein, haben einmal die Kriegsmatronin gepullt. Sie ist quasi gegenüberliegend zu der Einbuchtung, wo Vectis sich befindet. Die pullt ihr einfach hier in den Kampf rein. Und erst wenn ihr sie hier im Raum drin habt, ich habe jetzt nochmal einen Pulltimer geschmissen, warum auch immer, ist es total sinnlos, weil wir eh im Kampf sind, pullen wir einmal Vectis und spielen Vectis einfach ganz normal runter. Und zwar müssen wir nämlich in den Punkt kommen, wo wir die Zwischenphase haben. Und zwar ist es so, dass wir das Ganze hier mit einem 3-Tank-Setup spielen. Wir haben einmal einen Michael Stewart-Tank, dann noch einen DH-Tank. Tanks sind hier vollkommen egal, welcher was nimmt. Und spielen einfach den Fight ganz normal runter. Heißt, zwei Tanks spotten sich hin und her und haben dementsprechend auch das Add hier. Und der dritte Tank, den seht ihr hier hinten, über meiner Buff-Leiste so ein bisschen. Und der tankt einfach diese Matronin auf. Die hat nicht ganz so viel Life, vor allem wenn ihr das im Normal macht. Also haut sie nicht zu schnell runter. Die wird einfach nur aufgetankt und quasi dort abgestellt. Wir müssen nämlich den Fight jetzt so lange spielen, bis wir die Zwischenphase haben. Seid ihr jetzt eine Gruppenausstellung, die sehr, sehr, sehr viel Damage hat, dann müsst ihr aufpassen, ihr braucht die Zwischenphase. Damage den Boss nicht zu schnell runter mit einer normalen Gruppe, sollte das nicht das Problem sein. Und zwar müsst ihr nämlich in der Zwischenphase den Mob, wie ihr hier gerade seht, in diese kleinen Kreise reinziehen. Und ja, sie muss quasi getroffen werden von den Kreisen. Und sobald sie getroffen ist, verwandelt sie hier so ein bisschen in die Gestalt. Und dann müsst ihr einmal draufdamagen, sie umdamagen und dann den Boss töten. Wobei, ich glaube, ich müsste sie, glaube ich, nur infizieren. Ihr müsst sie, glaube ich, theoretisch nicht mehr töten. Aber wir haben sie sicherheitsweise einfach umgebrezelt. Dann danach den Boss noch umgebrezelt. Achievement eingefahren. Und das war es auch. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich eins der allerleichtesten Achievements. Ich kann euch auf jeden Fall raten, macht das mit drei Tanks. Wenn ihr nämlich diese Kriegsmatronen mit beim Boss tankt, habt ihr einfach das Problem, dass die viel zu schnell stirbt. Und dementsprechend habt ihr leider nur eine. Und dann werdet ihr die Problematik haben, dass ihr Setschi-Find nicht machen könnt. Dann kommen wir jetzt zum fünften Boss. Und zwar zu Zekwoss. Und zu dem Erfolg. Was ist in der Kiste? Und für diesen müssen wir Zekwoss in Uldir auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr die Puzzlebox von Yogg-Saron, der Projektion von Yogg-Saron, ausgesetzt habt. Hört sich nicht sonderlich schwierig an. Ist es auch ehrlich gesagt nicht. Das erste, was ihr braucht, ist die Puzzlebox des Yogg-Saron. Wo bekommt ihr diese Puzzlebox her? Das ist ein Spielzeug, das ihr damals in Red of the Lich King erspielen konntet, beziehungsweise das auch jetzt noch erspielen könnt. Und zwar, ich meine von Archäologie. Also sprich, ihr müsst ein bisschen Archäologie machen. Und dann könnt ihr diese Puzzlebox euer eigenen nennen. Jetzt nicht erschrecken. Ihr müsst nicht unbedingt Archäologie und dieses ganze Zeug machen. Denn es braucht nur einer aus dem Schlagzug, diese Puzzlebox. Solltet ihr wen dabei haben, der diese hat, müsst ihr eigentlich nichts weiter machen und nichts farmen. Wenn die keiner hat, dann müsst ihr halt vielleicht der Dumme sein, der loszieht und diese Puzzlebox euch erfarmt. Wobei, so ein Riesenstress ist es nicht. Sobald ihr die Puzzlebox habt, einmal den Kampf hier beginnen und ihr müsst warten, bis die Projektion des Yogg-Saron kommt. Das ist eine bestimmte Phase und ihr merkt auch, wann die Projektion kommt. Und zwar müsst ihr nämlich, ja, mal da hingucken, wo am Anfang hier der Werte Zeckwoss stand. Da sieht man nämlich verschiedene Projektionen von Old Gods. Ich drehe meine Kamera da jetzt gerade mal so ein bisschen hin. Und sobald die Projektion von Yogg-Saron kommt, müsst ihr einfach die Puzzlebox drücken. Ich habe mir die hier rechts schon rausgezogen. Also sprich, ihr müsst nicht im Zauberbuch rumsuchen. Zieht euch die einfach raus und drückt die, sobald Yogg kommt. Und ihr seht, da haben wir das hässliche Maul. Das ist Yogg. Wir drücken die Puzzlebox. Und ihr seht, hier kommt auch eine große Box, die Terz macht. Und zwar ist das unsere Puzzlebox. Und das Einzige, was die eigentlich macht, ist zusätzliche Fähigkeiten oder eine Fähigkeit, hier im Kampf zu spammen. Ihr seht, wir haben hier einen Haufen Einschläge, denen man ausweichen muss. Es macht den Kampf ein wenig schwieriger. Es ist auch nicht, ja, es macht auch nichts, wenn mehrere Leute die Puzzlebox drücken. Hier hat nochmal eine gestellt. Die ist jetzt aber nicht groß geworden. Heißt, eine reicht, um das Event zu triggern. Mehrere kann man stellen, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Macht aber nichts. Und jetzt spielt ihr den Kampf ganz normal runter, wie ihr es sonst auch gewohnt seid. Einfach mit der Prämisse, dass ihr hier quasi einfach, ja, diese zusätzliche Fähigkeit noch dodgen müsst. Und sonst ist es eigentlich nichts anderes. Wenn eure Gruppe jetzt ein bisschen schwächer ist und ihr sagt, hm, das mit der Fähigkeit ist schon ein bisschen heavy. Es gibt mehrere Yogg-Phasen und ihr könnt theoretisch euch entscheiden, dass ihr es erst in einer späteren Yogg-Phase zieht. Diese Puzzlebox hat den Vorteil, dass ihr den Großteil des Kampfes ohne die Fähigkeit spielt. Und erst am Schluss sie einsetzt und den Boss umhaut und, ja, eine geringere Zeit diese Felder ausweichen müsst. Das kann man, ja, je nachdem entscheiden. Aber unsere Gruppe war stark genug, dass es kein Problem war. Und ihr seht schon, hier haben wir das Achievement eingeheimst. Eigentlich das einfachste Achievement fast in dieser Instanz. Muss man eigentlich nicht viel können für. Und dann geht es weiter mit dem sechsten Boss, mit Zul und dem Erfolg. Keinen Schritt weiter. Und für diesen müssen wir den wiedergeborenen Zul im Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, ohne dass ein Spielercharakter auf den inneren Ring des Tors der Vergessenheit tritt. Und der innere Ring des Tors der Vergessenheit ist quasi das Ding, was wir nach dem Bosskampf entfernen können, dass wir zu Mytrax runterkommen. Also sprich dieses, ja, Viereck ist es nicht. Achteck ist es, oder? Es ist ein Viereck mit eingeeckten Ecken in der Mitte. Also sprich, auf das goldene Ding in der Mitte darfst du halt nicht drauf treten. Heißt, man braucht möglichst viele Ranges, die einfach auf den Boss durchziehen, denn wir wollen den Boss in die zweite Phase bringen und erst dann kommt er raus. Die Tanks und Millis, ja, schauen hier ein bisschen in die Röhre, denn sie stehen einfach draußen und sind damit beschäftigt, hier diese kleinen Crocs aufzusammeln, die Tanks bzw. Millis, sie zu damagen. Und ihr müsst vor allem gucken, dass in die Bluthexen Range kickt, dass sie rankommen, dass ihr sie hier wegkillen könnt mit den Millis, denn die Ranges sind damit beschäftigt, einfach zu, runter zu DPSen. Zwei Sachen sind hier relativ wichtig, und zwar diese kleinen Viecher, die einen vieren, sind hier die größte Gefahr, denn sie können einen vieren und im gefierten Zustand läuft man doch relativ schnell mal in diesen Ring innen rein und verkackt quasi das Achievement. Deswegen sollt ihr gucken, dass ihr die Viers außen ablegt. Wir haben da so einen Mark links gemacht, da läuft man einfach raus, legt den Mist ab und dann kommt ein Dispel drauf, also das muss auf jeden Fall klappen. Steht vielleicht auch nicht ganz so nah an dem Ring dran, falls ihr dann doch mal geführt werdet, dass ihr nicht instant reingeführt werdet. Ihr seht, da wurden die Dinger draußen abgelegt, instant dispelled, dann ist das alles kein Stress. Sonst wird hier einfach durchgedamaged und wie gesagt, die Millis und Tanks machen hier einfach im Camp das Zeug. Wir haben uns hier strategisch einigermaßen clever aufgestellt, und zwar seht ihr hinter uns diesen kleinen Pillar, der uns vor dem Knockback bewahrt. Denn wenn ein Tool in die zweite Phase geht, dann macht er einen Knockback und normalerweise sollte man relativ weit in der Mitte stehen, dass der Knockback eigentlich von der Plattform kickt. Wir können aber hier nicht in der Mitte stehen, denn wir wollen ja das Achievement machen und das funktioniert nicht. Deswegen stellen wir uns an einen so einen Pillar hier an den Seiten hin und lassen uns, sobald er in die Phase geht, einfach dagegen kicken und haben dann kein Problem. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Bei den Bluthexen, wir hatten jetzt sehr, sehr viele Ranges, solltet ihr vielleicht auch umswitchen. Ihr wollt nämlich keinen so einen Blut haben, weil ihr wärtet ihm schlecht her, ihr könnt ihm nicht nachlaufen und solchen Geschichten. Also dahingehend solltet ihr ein bisschen gucken. Jetzt habt ihr gerade gesehen, hier haben wir diesen Knockback. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir HT auch aufgespart haben und dann quasi hier HT ziehen, weil wir in der letzten Phase noch ein bisschen ätzender behakt werden von den Viers und da die größte Gefahr liegt, in der letzten Phase das nochmal zu verkacken. Beziehungsweise wir auch relativ schnell die Plattform hier voll haben, denn wir können uns ja nicht in die Mitte stellen. Ihr seht, hier haben wir wieder diese Viers, deswegen relativ weit außen stehen am besten. Und hier mit dem Blut haben wir auch nicht sonderlich viel Platz, weil wir ja nur nach rechts und links laufen können und nicht über die Mitte rennen können. Wir haben das Ganze hier auch mit einer Hand des Schutzes gespielt, dass wir das Ding relativ schnell ablegen. Heißt, ja, Tank, der ihn als erstes tankt, das war ich in dem Fall, kriegt die Stacks, rennt nach außen, Hand des Schutzes und dann nimmt man das Instant mit runter. Und ihr seht, hier haben wir wieder die Viers, möglichst ein bisschen außen stehen, dass man halt nicht in die Mitte reingeführt wird. Das war's, wir haben das Achievement hier gleich auf den First Try gemacht. Sonderlich schwierig ist es nicht, wenn ihr die ganzen Dinge, die ich euch eben erzählt habe, ein bisschen beherzigt. Möglichst viele Ranges zu haben, ist hier natürlich von Vorteil. Denke ich mal, brauche ich keinem mehr erzählen. Millis stehen halt hier mehr rum, als dass sie machen, leider. Zumindest in der ersten Phase, ja. Dann kommen wir jetzt zum siebten Boss zu Zul und dem Erfolg Existenzielle Krise. Und für dieses Achievement müssen wir Mythrax, den Auflöser in Uldir, auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, ohne dass ein Spielercharakter ein Existenzfragment berührt, das von einem anderen Spielercharakter erschaffen wurde. So zumindest der Achievement-Text, der aber falsch ist. Es ist nämlich genau andersrum. Ihr dürft nämlich keine Kugel aufsammeln, die ihr selber erschaffen habt. Also sprich, ihr dürft nur Kugeln aufsammeln, die andere erschaffen haben, aber nicht eure eigenen. Macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Und nein, das ist auch kein Übersetzungsfehler. Es ist auch im Englischen falschrum. Warum auch immer, ja. Ich habe das auch gesehen, weil ich hier mit dem Englischen Klein gespielt habe, nur bei dem Boss hier. Es gibt nämlich eine Weak-Aura, die euch anzeigt, wer eine Kugel aussammelt. Ist ganz praktisch, um zu sehen, woran es liegt. Denn ihr werdet wahrscheinlich hier, so wie ich, mehrere Stunden sein. Nein, das Achievement ist definitiv mit so, 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 so weitem Abstand das Allerschwierigste hier in der Instanz. Das ist, ja, ich würde sogar sagen, Terrakotta-Tanz 2.0 ist. Wem das noch was sagt, auf jeden Fall eine ätzende Sache. Und ihr solltet hier viel, viel Zeit mitbringen vom Setup. Ihr wollt, wenn ihr das Achievement angehen wollt, zwei Tanks haben. Möglichst viele Ranges, am besten gar keinen Melee. Wir hatten jetzt hier einen, weil ich beim Herzig war und den mitgenommen hatte, nachdem er mir versichert hatte, er failed nicht. Und er hat sein Versprechen gehalten. Aber prinzipiell, Meleys bringen euch hier nichts. Ranges sind hier Gold und Heiler sind hier auch Gold. Wir hatten hier tatsächlich mit vier Heilern auf 13 Leuten gespielt. Hört sich viel an. Es ist nicht so viel zu heilen, aber man muss teilweise Leute im CC lassen. Und wir haben hier eine Zwei-Seiten-Taktik gespielt, zu der ich gleich nochmal kommen werde. Und wenn natürlich der einzige Heiler auf der Seite im CC ist, gibt es gar keine Heilung mehr. Deswegen hatten wir uns entschieden, mit vier Heilern auf 13 Leute zu spielen. Vorher 14 einer ist gedisconnected. Der hatte leider Pech gehabt. Aber, naja, andere Geschichte. So, prinzipiell zum Vorgehen. Es gibt hier verschiedenste Taktiken, um das Ganze zu spielen. Es gibt Taktiken, dass man maximal Range-TDs hat, mit gutem Gear und einfach den Boss durchprügelnd und sich gar nicht bewegt. Denn es passiert hier relativ einfach, dass man eine Orb aufsammelt, die seine eigene ist. Und es muss nur einem passieren. Und schon ist diese G-Fin verkackt. Denn es ist hier oft auch so, dass Orbs aus einem raus spawnen. Und wenn man Moves direkt sie einsammelt und gar nicht viel gegen machen kann. Ich erkläre jetzt mal in groben Zügen, wie unsere Taktik funktioniert, beziehungsweise was wir machen. Wir haben zwei Gruppen gebildet. Und zwar hier Gruppe 1 und 3 sind die, die von der Tank-Pose aus auf der linken Seite beim Lila Mark stehen. Und Gruppe 2 und 4 stehen in groben auf der rechten Seite beim Orangen Mark. Soweit, so gut. Jeder von diesen Gruppen bleibt auf ihrer Seite und bewegt sich eigentlich tendenziell gar nicht. Bis auf die Tanks. Bei denen ist es so, das werdet ihr gleich nochmal sehen, weil wir jetzt wieder in die erste Phase kommen. Da werden wir jetzt dann auch gleich einsteigen. Mit dem Durchsprechen es so ist, dass die Tanks immer einen Hit abbekommen. Wenn sie diesen Hit abbekommen, spawnen sie Orbs um sich herum. Diese Orbs sind natürlich die eigenen Orbs, die dürfen nicht eingesammelt werden. Heißt, Tank kriegt den Hit ab, Orbs spawnen, Tank bewegt sich nicht. Anderer Tank spawnt ab, kriegt auch den Hit ab, spawnt auch Orbs. An dieser Stelle läuft der erste Tank zum zweiten Tank rüber, sammelt seine Orbs ein und der zweite Tank läuft zum ersten Tank rüber und sammelt dem seine Orbs ein. Und dann geht man wieder auf Ausgangsposition, also sprich auf seine Seite zurück. Dann ist man nämlich immer auf der sicheren Seite, dass die Orbs auf seiner Seite immer die schlechten sind, die man nicht aufsammeln darf. Und die Orbs auf der anderen Seite immer die guten. Für die Rangers und Heiler gilt selbiges. In der normalen Phase bewegen sie sich gar nicht bis kaum. Manchmal kann man den Strahl ausweichen, wenn man es vorhin sieht. Wenn man den Strahl abkriegt, dann nicht im Strahl bewegen, weil im Strahl spawnt man Orbs und dann ist das Achievement eigentlich instant gefailt. Also lieber manchmal einfach nur stehen bleiben, eine Ability fressen. Und nur in der Intermission-Phase haben wir es gemacht, dass wir dementsprechend dann auch mit den DDs die Orbs gesorgt haben. Es wird nämlich jetzt gleich wieder eine Intermission-Phase kommen. Heißt, in der Intermission machen wir es so, dass sobald das Ad spawnt, alle auf das Ad gehen. Ganz wichtig, wenn er seinen Cast ansetzt zur Intermission, castet er 5-6 Sekunden lang. Und jetzt kommt nämlich die Intermission, hier haben wir diesen Cast. Wenn dieser Cast ausläuft, spawnt direkt um jeden Spieler Orbs. Jetzt werdet ihr gleich sehen, zack. Jetzt spawnen Orbs auch um mich. Hier darf sich auf keinen Fall bewegt werden. Auf keinen Fall. Ihr könnt das beste Movement der Welt haben. Die Orb kann natürlich genau in dem Laufweg von euch spawnen. Also hier dürft ihr auf keinen Fall euch bewegen. So, jetzt haben wir das Ad hier. Und jetzt ist es quasi so, dass wir das Ad so schnell wie möglich umhauen. Ihr seht, der Priester da hinten, der wird einfach in dem Dings drin gelassen. Wir hauen hier auch keine Spieler mehr raus in der Intermission. Diese Kreise verschwinden nämlich. Lasst die Leute einfach drin. Das ist Fehlpotenzial. Und jetzt laufen wir auf die andere Seite. Und diese Orbs, weil ich da nie stehe, sind alle gut für mich. Das können keine schlechten Orbs sein. Und die sammle ich alle ein. Und das machen die anderen Spieler auch. Beziehungsweise jetzt in der zweiten Intermission sammelt eigentlich keiner mehr außer die Tanks was auf, weil der Bossfight eh nicht mehr lang geht. Wir haben auch hier in der zweiten Intermission Heldentum gezogen, um die Ads schnell zu töten und dann auf den Boss zu DPSen. Die Ads müssen definitiv sterben, denn sie damagen jeden Spieler. Und normalerweise sagt er im Normale Scheiß, drauf dir ein bisschen Schaden. Aber es werden alle Spieler einen Haufen Stacks haben. Und die Stacks verursachen, dass ihr weniger Life habt. Und ihr sterbt extrem schnell. Manche Leute haben hier über 50 Stacks, haben weniger als die Hälfte von ihrem normalen Leben. Und das müsst ihr berücksichtigen. Das heißt, wir DPSen wirklich erst alle Ads um, stellen uns dann auf und jetzt ist quasi die letzte Phase 1 und jetzt bewegt sich wirklich keiner mehr. Die Tanks spotten nur noch hin und her und das war es und der Boss wird umgehauen. Mehr ist es dann nicht mehr. Es gibt hier verschiedenste Taktiken, aber ich kann euch wirklich ans Herz legen, umso weniger Milis umso besser, weil Milis müssen halt einfach auch zu den Ads moven und haben dahingehend ein größeres Feldpotenzial. Rangers können theoretisch auch den ganzen Kampf stehen bleiben. Und wir sind ganz gut mit meiner Taktik gefahren, dass wir nur in der Intermission auf die andere Seite rüberlaufen und die Ops sorgten. Wir hatten es am Anfang mit verschiedenen Sachen probiert, wie mit zwei Leute sprechen sich ab und sorgten gegenseitig die Ops. Man blickt irgendwann nicht rum, teilweise fliegen die Ops von einem so weit weg, dass sie sich vermischen und man kann dann nicht mehr sagen, von wem war welcher Orb. Man sieht es einfach nicht mehr. Es ist fast nicht möglich, deswegen verbringen hier einige und ich auch mehrere Stunden, bis sie diesen Erfolg haben. Ja, das waren die Tipps, die ich euch geben konnte. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt und ihr werdet bestimmt hier ein bisschen Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde euch die Wieg Aura einmal verlinken, beziehungsweise von WoW Head habe ich sie. Da findet ihr sie auch unter dem Achievement. Und ja, dann wünsche ich euch viel Glück und gute Nerven, vor allem bei dem Erfolg. Und ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Achievement und zwar zum achten Boss zu Gahun und dem Erfolg. Doppel Dribbling. Und für diesen müssen wir Gahun in Uldir auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem sich kein Spielercharakter bewegt hat, während er die Energiematrix trägt. Ja, was ist die Energiematrix? Und zwar ist das eine kleine Kugel, die hier relativ schnell spawnt, nachdem der Kampf beginnt. Und zwar als erstes auf der linken Plattform. Und ihr seht schon, ich hebe sie auf. Und diese Kugel müssen wir einmal durch diese Parasiten auf die andere Seite bringen. Und zwar muss das dreimal passieren, um die erste Phase zu beenden. Denn ihr dürft euch damit gar nicht bewegen. Ihr nehmt sie auf, habt einen kleinen Cooldown und werft sie dann einem zweiten Spieler weiter, die ihr natürlich vorher einteilt. Ja, und ihr seht, der Spieler wirft sie wieder dem anderen Spieler hier weiter, in dem Fall mir. Und ich warte wieder den Cooldown ab, gucke, dass der andere in Range ist, spreche mich ein bisschen mit dem Voice ab und werfe sie dem wieder weiter. Und das geht jetzt so lang, bis wir quasi einmal durch sind. Zwei Sachen sind wichtig. Ihr müsst hier mal ein bisschen Schaden verursachen, dass diese Slowflächen weggehen und dass ihr hier vernünftig durchkommt. Dass er euch vernünftig absprecht in dem Voice, gegebenenfalls TS. Und dann dementsprechend erst werft, wenn der andere Charakter richtig steht. Und am besten sich auch nicht mehr bewegt, weil es kann sein, wenn er sie gerade auffängt und noch kurz movt, dass das Achievement auch dann rot wird und dementsprechend gefailt ist. Und ja, wir haben hier so ein paar Marks aufgestellt, dass wir uns grob orientieren. Dann müssen wir uns nicht so viel absprechen. Das könnt ihr auch machen. Es geht aber nicht auf, dass ihr auf beiden Seiten die Mark stellt. Dafür sind nicht genug da. Also sprich, ihr müsst ja rechts und links diese durchbringen. Und ihr seht, jetzt werfe ich es das letzte Mal hin. Er kann die Orb einmal dann einsetzen und wir sind durch. Und wir kriegen aber hier einen Debuff, der zwei Minuten hält. Wir müssen, wie gesagt, um die erste Phase zu beenden, einmal hier links die Orb durchkriegen, dann einmal rechts und dann nochmal links. Also drei Stück. Sprich, wir brauchen sechs Spieler für das Ganze. Und dementsprechend läuft die erste Phase auch ziemlich, ziemlich lang. Ihr solltet gucken, dass ihr spielerisch stark aufgestellt seid, vor allem auch heiler technisch, dass sie genug Mana mitbringen, beziehungsweise genug Gier und Mana sparend hier spielen, weil ihr den Kampf wesentlich länger spielen werdet als im Normalfall. Alleine die erste Phase geht irgendwie fünfmal so lang gefühlt. Also ihr werdet vier Ads wahrscheinlich haben, normalerweise hat man eins gerade mal. Also dahingehend ein bisschen gucken, ihr müsst hier relativ lang aushalten. Die drei Gruppen, die ihr einteilt am besten, zwei Leute links, zwei Leute rechts und dann die dritte Gruppe nochmal links, kann am Anfang einen Tank beinhalten, weil ihr in der ersten Phase nur einen Tank unten braucht. In der zweiten Phase müsst ihr das Ganze nochmal machen. Da solltet ihr dann den Tank durch ein D-D ersetzen oder gleich mit nur D-D spielen, beziehungsweise Heiler könnt ihr auch nach oben schicken, weil ein bisschen Schaden gibt es oben auch. Je nachdem, Self-Klassen, die sich ein bisschen so heilen können, sind von Vorteil. Da solltet ihr in der zweiten Runde quasi kein Tank mehr mitschicken, weil ihr den unten auf jeden Fall brauchen werdet. Mehr ist es eigentlich nicht. Ihr beendet quasi mit dieser dreier Runde die erste Phase und beim zweiten Mal auch wieder drei Kugeln durchbringen die zweite Phase. Und in der letzten Phase, wenn ihr seid und es Schiefe nicht verkackt habt, dann könnt ihr einfach den Boss ganz normal runterspielen. Der Boss hat auch keinen Enrage, ihr müsst auch keine Sorgen machen, selbst wenn ihr da oben nochmal länger braucht, weil ihr euch schwer tut, euch abzusprechen. Das ist kein Problem. Der einzige Enrage, den ihr habt, ist, dass eure Gruppe quasi hier unten nicht mehr gegenhalten kann, nicht mehr gegen DPS entgegenheilen kann, sonst ist es eigentlich nichts. Es ist ein relativ leichtes Achievement, die Leute müssen halt bloß ein bisschen raushaben, wie sie das mit den Kugeln machen. Ja, das war's von dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.